Hallo, ich bin Jeremy Afonso. Ich habe in diesem Hotel meine Ausbildung gemacht und heute ist mein letzter Tag und ich möchte mich bei Feda und Obima Hotels herzlich bedanken und wir sehen uns bald wieder, weil ich in der Rezeption arbeiten werde. Vielen Dank! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hallo, ich bin Luciana García. Ich bin jetzt in Spinn Hotels und ich möchte vielen Dank an die Unternehmen und unsere Formadoras und Cabildo Teneristo 2030 für uns die Möglichkeit zu machen. Hallo, ich bin Guillermo Lange und Andrea Liss. Wir sehen uns bei Spire Subis mit dem Hotel Quagos Willum von Tenerife. Wir gehören zur Hotelkette Springhotel, aber wir haben in unterschiedlichen Hotels gearbeitet, im Gran Aron Hotel und im Vulkan Hotel. Unsere Meinung nach ist es der größte Vorteile dieser Ausbildung, dass wir in vielen verschiedenen Abteilungen gearbeitet haben und wir unsere deutsche Welt verbessern konnten. Wir möchten uns bei Feda Madrid und Springhotels für diese Chance bedanken. Tschüss! Mein Name ist Reyes und ich bin jetzt im Hotel Kostatlantik, der Kaine Merian und der Kaine Merian, in der Kaine Merian und der Kaine Merian und der Kaine Merian. Wir möchten uns auch wiederholen, in der Kaine Merian und der Kaine Merian und der Kaine Merian und der Kaine Merian. Ich bin Melina und ich bin in der FBDUGAL-ALEMANA in der Hotel Subtenerice, der Acadene de Melian. In diesen zwei Jahren habe ich über fast alle departementen des Hotel-Alemens. Diese Erfahrung habe ich sehr viel, auch in der Personal-Alemens, als auch in der Profesional-Alemens. Es ist eine Formation, die sich viele Püren zu haben, in der Arbeit zu haben. Mit diesem Video möchte ich die vielen Dank an FEDA-Madrid für das mögliche machen. Diese Formation in einer der Tenerife-Alemens ist in der Nähe wie Tenerife-Alemanen. Und ich möchte die Dank an Amelia, für mich in diese wunderbarste Empresa, in der ich mich arbeite, in einem, ich hoffe, nicht sehr weit entfernt. Ich möchte, vor allem, vielen Dank an Alcabildo für das Mögliche machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020